Armand Louis Couperin war ein französischer Komponist und Organist. Leben und Wirken Er war der dritte der bekannten Organisten seiner Familie. Nach dem Tod des Vaters Nicolas im Jahre 1748 führte er das Organistenamt in Saint-Gervais fort. 1752 heiratete er Elisabeth Antoinette Blocher, Tochter des bekannten Cembalo-Bauers François-Étienne Blocher. Er bekleidete eine größere Anzahl von Organistenstellen, oft ließ er sich von seinen Kindern beim Orgeldienst vertreten. Drei seiner vier Kinder, Pierre-Louis Gervais François und Antoinette Victoire wurden später Musiker. Sein Leben verlief in engen Grenzen. Es sind von ihm keine Reisen bekannt, keine Aktivitäten außer denjenigen als Organisten und Cembalo-Lehrer. Und keinerlei Auftritte im Konzert spirituell. Er weigerte sich, Musik fürs Theater zu schreiben und wollte seine Kirchenmusik nicht veröffentlichen lassen. Sofern er von seinen Zeitgenossen erwähnt wird, geschieht dies fast immer in Zusammenhang mit seinen Orgelimprovisationen über das Teideum. Armend Louis geriet auf dem Weg von der Saint-Chapelle zur Kirche Sankt-Gervais unter die Hufe eines durchgegangenen Pferdes, das seinen Reiter abgeworfen hatte. Dabei wurde er tödlich am Kopf verletzt. Bei seinem Tode hinterließ er eine Bibliothek mit 885 Büchern, außergewöhnlich viel für einen professionellen Musiker seiner Zeit.